Megan Thee Stallion ist das neue Gesicht der Zusammenarbeit von Babe mit der Marke Coach. Die 26-jährige Rapperin wirbt zusammen mit dem amerikanischen Luxusdesigner für die neue Kollektion des japanischen Streetwear-Giganten. Megan teilte eine Reihe von Kampagnenbildern, auf denen auch ihre Hündchen zu bewundern sind, über ihren Account auf Instagram und schrieb dazu. Die attraktive Mama von Hunden und meine Jungs in Ad-Coach, da sie es lieben, Sch-Sternchen-Sternchen-Sternchen zu zerreißen, deshalb mussten sie einen Job bekommen. Die Kollaboration erscheint am kommenden Wochenende. Und auch das Label-Coach teilte einige Bilder und verkündete dazu, Megan Thee Stallion und ihr, Hündchen, kommen vorbei, um euch wissen zu lassen. Etwas Großes steht bevor. Und Babe schrieben. Babe X-Coach Collection erscheint bald. Andere berühmte Gesichter der Kampagne sind der Rapper Cordae und das japanische Model Koki. Fotografiert wurde die Kampagne von der Fotografin Sandy Kim. Die Kollektion verfügt über einen neuen, limitierten Druck, der das charakteristische C-Muster der Marke Coach mit dem BAPE-Logo verbindet. Laut einer Pressemitteilung beinhaltet die Kollektion unter anderem Lederwaren, Schuhe und Accessoires. Die Kollektion war schon wettendlich von während einer Pressemitteilung vorhand content von��. Die Kollektion wurde die Kampagne gesüchtet. Bis zum nächsten Mal.